Mathilda hat alles, was man sich wünschen kann. Freund Andy, ein Häuschen in Bayern und ihre beste Freundin. Doch irgendetwas fehlt. Auf dem Weg zu einem Arbeitsmeeting lernt sie Falou kennen. Und die Chemie zwischen den beiden stimmt. Die beiden nehmen Tanzstunden. Und beginnen eine prickelnde Affäre. Mathilda belagt Gewissensbisse. Sie beginnt die Monogamie zu hinterfragen. Für sie steht fest, sie will Andy davon erzählen und offen über ihre Gefühle reden. Wird Mathildas Beziehung zu Andy weiterhin eine Chance haben? Was wird aus Falou? Und wie verändert sich Mathildas Sicht auf Beziehungen? Milch und Hot Chocolate Sie haben mit der Schule.